Herzlich willkommen zu Pilates to go. Heute trainieren mit mir die Jenny und die Antje. Vielen Dank dafür. Ihr wisst noch nicht, was euch erwartet. Aber ihr steht schon perfekt am matten Ende. Ich stelle mich jetzt einfach mal. Hebe mal das linke Bein höher als parallel zum Boden beim Einatmen und senke es parallel zum Boden beim Ausatmen. Beim Höherheben beugt die Ellbogen nach hinten an. Beim Senken streckt die Ellbogen. Gut. Nochmal. Ein, du folgst also mit dem Oberkörper ausatmen, senkt den Fuß erstmal nur. Sehr gut. Atmen noch einmal ein. Ausatmend Bein wieder strecken. Verlängern. Genau. Oben einatmen und dann ausatmen. Die Beine über die Mitte fächern zu eurer linken Seite hin. Auch den Kopf mit zur linken Seite nehmen. Und hier traut euch ruhig. Einfach das Gesicht mal locker zu lassen. und dann gleich wieder intuition können. Ich finde sicher, wenn man das Gesicht went. Ich finde es natürlich nicht, dass es sehr sicher ist. Und ich finde es natürlich auch von trosiecke nicht gesehen. Ich finde es sehr gut. Vielen Dank. Und dann müssen sie jetzt die nur Konserv recruitingen.